Hallo, herzlich willkommen zur Sequenz Volumen Formeln. Dabei gehen wir davon aus, dass wir das Volumen für einen Würfel kennen oder für einen Quader und es soll hier diese Sequenz darum gehen, dass man sich überlegt, wie das Volumen in Pyramide ausschauen soll und dann damit kann man auch das Volumen eines Kegels oder einer anderen Form, die in den Spitz verläuft, beschreiben mit dem Prinzip, zusammen mit dem Prinzip von Cavalieri. Okay, wenn ich da so eine Pyramide zeichne, deren Spitze gerade schön in der Mitte des Würfels liegt und ich nehme als die Grundfläche gerade schön so eine Quadratseite, zum Beispiel die da am Boden und jetzt stelle ich mir die Pyramide vor, die entsteht, wenn ich da den Spitz jeweils mit den Eckpunkten verbinde, diese Grundfläche. So, was man jetzt sehen kann, ist natürlich, so wird dieser Würfel gerade schön in sechs solche Pyramiden zerlegt oder jede Deckfläche des Würfels bildet die Grundfläche einer solchen Pyramide. Das heisst, in einem solchen Würfel haben gerade schön sechs Pyramiden Platz. Jetzt schauen wir uns an, sagen wir mal, die Kantenlänge des Würfels sei K, dann habe ich natürlich für das Volumen des Würfels, habe ich gerade schon K mal K mal K oder so eine, ja, das heißt, ist ja K lang, K auch drei. Und für die Pyramide, also, sagen wir mal, ich weiss einen Faktor noch nicht, den nenne ich A, diesen Proportionalitätsfaktor, aber es ist im Prinzip Grundfläche mal Höhe, das heisst, K halbe, das geht ja schon in die Mitte, die Hälfte einer Kantenlänge. Jetzt, die sechs Pyramiden haben Platz, haben wir gesagt, also die sechs VPs, die haben gerade schön Platz in meinem Volumen des Würfels und ich bleibe jetzt bleiblau, das gibt uns folgende Gleichung, wir haben hier diesen Proportionalitätsfaktor A, dieser Term hier zusammengefasst gibt K hoch drei Zweitel und das muss das Volumen des Würfels geben, das ist K hoch drei. Sie sehen also, ich kriege drei A, K hoch drei gleich K hoch drei, jetzt dividiere ich durch K hoch drei und dann kriege ich drei A gleich eins und damit A ist ein Drittel. Und somit habe ich hier diesen Vorfaktor gefunden, also wenn die Pyramide in den Spitz läuft, dann wird der Volumen gerade schon ein Drittel sein, dann eben multipliziert mit Grundfläche und Höhe. Und das bedeutet also für uns, können wir jetzt mit dem Prinzip von Cavalieri, können wir schliessen, auch wenn wir einen Kegel haben beispielsweise, einen Kreiskegel, wenn ich dann eine Pyramide mache, die das Prinzip von Cavalieri erfüllt, dann kann ich natürlich sagen, dass hier auch der Faktor ein Drittel eine Rolle spielen muss, also die, das Volumen für diesen Kegel wird dann auch Grundfläche mal Höhe mal ein Drittel sein. Also so lässt sich dieser Drittel hier motivieren für Objekte, die quasi in den Spitz laufen. So, das war es schon, was ich hier zeigen wollte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.